wiedersehen macht freude liebe leute willkommen zurück zu resident evil wollte ich gerade sagen was für ein quatsch metal gear rising revenge resident evil so da ist nix da ist nur eine normale truhe gehen wir mal da lang schau mal was heute passiert die server rooms ahead yes according to what i have here what should i expect to find if their vr training those brains i'm guessing it won't look like your typical it department quite right right likely be occupied by life support units feeding oxygen and nutrition to the brains i have stored you know they would also need a server to feed them city our data but in terms of structure it's really more brain storage and maintenance than a server room but no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there yeah like how cia agents refer to where they work as the company indeed something like that would never arouse the suspicions of rank-and-file staff who may hear it and I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the vr training room even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing truly fascinating how the human brain works so this whatever room that's where sundowner is waiting right if he wants a fight i wish he'd just get on with it he didn't seem the type to run and hide well he isn't charged with security but i suspect this is not about business if i had to guess i would say he is playing with you testing you perhaps whatever he's doing it won't change what's going to happen once i finally catch up with them okay ich überlege gerade so ein vr training jetzt mal ohne mist also so ihr habt es noch nicht gesehen aber also ihr müsst euch euch so vorstellen im ähm du kriegst halt eine oberfläche so gemacht im metal gear war es halt mehr so eine monochrome virtuell artig aussehende oberfläche also mit strichen linien und so ne sagen wir mal das ist auch jetzt immer so aber das gegner die müssen berechnet werden die machen irgendwas und die passen sich deiner spielweise an und was du machst und alles mögliche du musst versuchen die auszuschalten oder zu umgehen oder je nachdem wie deren vr training gerade aussieht das für eine person zu machen übersteigt wahrscheinlich schon die aktuelle rechnerleistung eines jeden haushalts rechners jemand zu hause hat der jetzt einfach mal von aus diese ganzen berechnungen und so weil da musst du ja auch künstliche intelligenz quasi und alles so ein bisschen gut berechnet werden spielt ja keine rolle selbst wenn nicht aber da sind gleich tausende von gehirn die separat in ihren eigenen vr training sessions sind alle laufen wahrscheinlich über einen rechner hub oder so also ich bin mir nicht sicher ob das heute tage möglich wäre so viele sagen gleichzeitig machen zu können also so viel gehirne gleichzeitig zu trainieren schauen wir aber mal was passiert ich habe angst dass jetzt ein kampf stattfindet wenn ich ehrlich bin verdammt das war nanopast ich war auch überlegen soll ich eine nehmen vorher naja vielleicht starten wir auch mit voller gesundheit wir werden sehen ich habe so das gefühl jetzt kommt ein boss fight tatsächlich aber das ist doch die eine tussi kämpfen wir noch mal gegen die oder was ich dachte jetzt kommt mal der nächste aber okay wir müssen das duplikat ich habe leider nicht so viele energie als ob Ich glaube, wenn ich diese kleinen Dinger einsammle, die wieder droppen, die geben mir Energie, also Leben und Energie wieder. Weg mit euch! Oah Es lief mal kurz um deine kleinen Freunde zu machen. Kann weitergehen! Was ist der denn? Tod? Ok. Krieg ich dafür jetzt schon Punkte? Schade. Ich hab gehofft, da wär ich nämlich ein bisschen besser drin gewesen. LOL! Oh, sag das doch! Vielleicht wären die grad von Kindern gesteuert, vielleicht sind wir gerade quasi das Training für die Kinder. Ich seh nichts, bin in der Ecke. Aber die sind ja ein bisschen leichter. Aber verdammt nichts hab ich ihm natürlich nicht. Ding, 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 ding. Ok, immer schön blocken. Irgendwann verliert er seinen Kopf. Jetzt, oder? Ne. Ich würd lieber tatsächlich gegen Wolfie kämpfen, weil der wenigstens... Boah, jetzt! Scheiße, und wir haben nicht den Dings-Modus grad. Jetzt hätten wir erst Rippermont. Jetzt könnten wir auch Schaden machen. ... ... ... ... Auch. Auch. Nein. Das ist Pech. Ich habe mich einmal getroffen im Bekommen. Ah. Mist. Ich hätte gerne, weil ich hier gerade gesagt habe, ich kämpfe gegen den Kuhn. Alter, wie allem ausreichend. Sieht halt ziemlich gut aus, auch wie ausreichend. Huh. So, da kommt jetzt noch jemand. Nö. Ah. Ich hatte nur eine A bekommen. Ich fand den ersten Kampf gut. Zweiten wohl nicht so gut. Ach, guck mal, Duck. Sind sie alle. Die Hirne. Daddy ist zurück. Ah, sag ich doch. Den Dicke. Ich glaube, Sie sind familiar mit dem Lernplan. Das gleiche Regime, das Sie in Liberia durchging. Effektive Programm. Schau, wie Sie sich aussehen. Natürlich, es laufen in der realen Welt, wurde einfach ein bisschen zu kompliziert. Oh. Aber wenn Sie im Bestand mit dem Lernplan. Und die Zeit des Tons, goh, dann . Oh. 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 plus they get a shine a new body as a graduation present jetzt kommt erst another thing you have in common I chose this they're kids you son of a bitch and kids are cruel ja manchmal all people are by nature they just lose touch with it as they get older start thinking they know right and wrong that's immoral war crime this code of conduct that kids you can mold manipulated to perform in all kinds of atrocities and there's nothing like a good atrocity to keep a war going that's why I'm shutting you down you just don't see the bigger picture do you say you bring this whole place down waltz out of the rubble with all these precious breads nothing changes all the guys in charge are long gone we're just suppliers we don't create the market for war and who does the patriots are gone those guys just manage the war economy they didn't invent it did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy bullshit war is just part of who we are why fight it anyway none of this will matter in three hours demand for PMC's is about to skyrocket like the good old days after 9-11 what are you talking about not here follow me what are you talking about bryden get sundowner do not lose it this time sundowner is okay we'll see if we have something crazy there are a few I thought we would be here in the room fight are we that maybe I think we will do it or do we should be here I think we will do it ah, no, 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 no oh, no, 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 no ding 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 okay anscheinend ist hier in paar stunden was krasses geplant geh doch da rauf so und er erzählt uns jetzt vielleicht was auf dem helipad ich könnte gern speichern, weil ich glaube hier ist jetzt ein krasser fight was ist er denn da was ist er denn da naja ähm nicht den karton, man wir nutzen mal einen sohn ding, weil ich glaube hier wird's wieder aufgefüllt jo genau dann mal los, Kumpel vielleicht auch mal nur wir beide und nicht ständig von anderen gestört werden von kleinen blöden Minions Sundowner Bosskampf mit von ihm muss ich ja sagen vielleicht aber mit Mach 3 ich nehme ein bisschen Zeit lang und schmerzig und schmerzig oh nein das sind wahrscheinlich seine Schilder oder was die ich im einzelnen wegnehmen muss wie ich gesagt Kinder sind cool, Jack und ich bin sehr in touch mit meinem inneren Kind okay Kampfmaschine quasi dann mal los du wirst sehen wie grausam ich bin okay vielleicht auch nicht okay ich kann den normalen Schlag schon mal blocken das ist schon mal nicht schwer okay okay Ripper Mode muss ich was drücken ja Y ja und weg mit den Dingern das waren schon mal zwei Schilde jawoll im Ripper Mode ein bisschen Schaden gemacht schön okay so können wir nichts machen mit seinem Schild ich merk schon das ließen wir uns kurz nach dem Schild aufspaar dadurch dass man hier auch nicht richtig rumdäschen kann kann ich auch keine coole Sachen machen wenn ich ehrlich bin okay da nicht angreifen wenn er einfach so killt komm her ja komm oh oh ich habe exakt Angst gehabt dass er schießt okay nicht da rein gehen kann der mal aufhören da hinten kann der mal aufhören da hinten ich bin ja der Typ nervt mich da Boden Luft Zielsuche ja der ist schon mal weg ja warum schneide ich ja nicht genau durch du machst doch richtig verstehe ich es nicht ja war doch richtig jetzt ja na ok du musst genau so schneiden alles klar ach alles klar ja mein Fehler ich bin ein bisschen verwirrt sorry Bosskram ok ok so und dann ich will die Ecken abschneiden ach 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 das war's mit dem Schild toll das kann ich ja auch toll das kann ich ja auch ach ach komm halt her rippermode jack to rippermode son of a bitch you got me Wir sehen uns in der Hölle. Oder für Jack, Tonight, wie den Herrn. Ich konnte nichts drücken. Nicht mein Fehler. Ich hab immer noch Ripper Mode. Nice. Wir halten uns mal bereit, bei jedem Boss muss man irgendeine Testkombi drücken, um ihn zu killen. Okay, alles klar. Okay. Also ein Ausweichding grad. So tief sind wir überhaupt nicht gefallen. Aua, mein Fehler. Oh Gott, ich hätte mir vorher Leben pumpen sollen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, ich hab wieder voll. Warum? Durch da jetzt. Tschüss, Kumpel. So, heute Abend speisen wir zusammen, vielleicht in der Hölle. Tschüss. Was? Es ist vorbei. So true. Das ist so, so ein Assi-Held, so mit dem Schwert nochmal, so, kling, am Ende. In dem Moment, wo die Gegner immer so auseinanderfallen, am besten. Was? What happens in three hours? He'll launch Operation Tecumseh. Who? Armstrong? I've already said too much. I have a goal to make. What? Got yourself shaving? Asshole. Asshole. He's good. Real good. You knew this would happen, didn't ya? Well, you get your wish. Up to you now. Sam. Raiden here. I've taken Marshal HQ. Ja, ja. I have just entered Denver Airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what Sundowner said? I know. Anything that'll rival 9-11 cannot be good. And in three hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The President. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The War on Terror Part 2. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over world marshal? Then we have to get there first. Nevasmusna. Impossible. It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now. It's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. Hmm. That's... Mach 23, if we're talking one atmosphere. 17.650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solis. Okay. Äh, gut. Oder nicht. Bin mir nicht sicher. Mach 23 klingt viel. Ähm, ja. Spezial-Cyborg-Körper. Desperado-Version. Freigeschaltet. Und den... Bloodlust. Scherenklinge. Okay. Wir schauen uns diese Folge aber nochmal kurz die Verbesserungen an. Gucken, was können wir mal wieder bei der Hauptwaffe verbessern. Kraft nochmal erhöhen. Machen wir auf jeden Fall. Das ist uns kackegal. Richtig. Absorption und so ein Blödsinn. Machen wir erstmal nicht. Äh. Weiß ich schon noch wichtig. Leben. Leben machen wir mal. Arschteuer. Ich weiß. Sekundärwaffen sind uns auch quasi egal. Oder? Wollen wir mal Side-Dolche nehmen oder sowas? Ähm, das ist mir zu unsaved. Lassen wir das mal erstmal. Wobei ich gerne eine nehmen würde, aber... Also was war der neue... Das ist der neue Spezialkörper. In der Desperado-Version. Echt jetzt? Ist ein bisschen rot. Für 15.000. Ah ja. So. Fertigkeiten. Ich will jetzt mal das hier nehmen. Einfach so. Ich will es einfach nehmen. So. Was können wir noch machen? Leben abgeschlossen. Weiter geht's nicht mehr. Ich bin mir auch nicht sicher, wie viele Level noch kommen. Ich habe so das Gefühl, es kommt nur noch eins oder zwei. Ähm, Brettstoffzellen. Hauptwaffe. Sollen wir mal... Das ein bisschen erhöhen. Einfach auf eins. Wegen dem Ripper-Mode, dass der mal ein bisschen länger hält. Dass wir, wenn wir nicht einmal umgehauen werden, instant... Ähm... K.O. gehen. Also nicht K.O., aber dass der Modus dann vorbei ist. Ja. Ich würde sagen, liebe Leute. Ähm... Das war's. Wir haben den Sundowner oder wie er hieß, platt gemacht. Als nächstes... Also uns steht eigentlich nur noch Sam im Weg. Nehme ich jetzt mal an. Und äh... Den treffen wir dann wohl in der... Pakistanischen Region. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinfliegen. Ich denke aber mal. Werden wir sehen. Okay. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Mal schauen, was nächste Folge passiert. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich bin raus. Mein Handy klingelt genau in diesem Moment. Timer. Tschüssi.